Hallo Leute, da bin ich wieder. Was? Die mysteriöse Insel Finstergramm ist bei Absatz der Küste von Kassadis erschienen. Besucht sie nachts. Nein, 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 nein. Wir sind jetzt hier. Da ist der Dorfälteste. Mit ihm müssen wir reden. Ja. Na klar höre ich dir zu, Adaro. Oh, das ist aber schon ganz schön lange, du. Hexenwald. Hat eine Runde. Ich bin zurück in die Unheilwiederpferde. Na prima. Auftragswissen? Okay. Okay. Wer bist denn du? Ach ja, ich brauche ja noch genau. Genau. Ah ja, die geben wir mal jetzt noch schnell ab. Und dann fehlt uns ja noch die für die Nacht. Die kriegen wir hier am Strand los, oder mich? Komm mal her, hier. Ja. Hab ich schon gemacht. Nein, ist ja gut. Hier, nimm mal. Diese fünf wenigstens. Mohnen. Oh, du hast die restlichen, habt ihr? Mhm. Mein Dank, Kussin. Alles, was bleibt, ist, ist, etwas Mönglöden zu finden. Mönglöden. Mönglöden mit diesen. Das wird eine feine... Wie viel haben wir denn im Inventar? Jetzt muss ich mal gucken. Wir sind sehr leicht. Alle anderen sind auch sehr leicht. Okay, dann machen wir erst mal Kina. Dann suchen wir erst mal Kina auf. Weil das ist ja auch wichtig. Weil wenn man Kina jetzt hier nicht hilft, wie gesagt, dann stirbt die da in dem Hexenwald. Die sehen wir nie wieder dann. Und ich finde einfach, die beiden sind aufgewachsen zusammen und dann möchte ich eigentlich schon, dass er mit Kina da irgendwie zusammenkommt. Was ja wirklich nicht so einfach ist. Ihr seid ganz schön gesprächig. Nur mal so nebenbei, ne? So. Ja, ein bisschen kann man auch laufen. Aber wir haben hier... Also wenn man neu beginnt, hat man ja echt so gut wie keine Ausdauer. Also müssen wir gleich... Früher konnte ich also wirklich... Ja, ist gut. Ohne Ausdauer zu verlieren vom Lager bis nach Kassades laufen. Also in meinen nächsten Durchgängen, wenn man so ein New Game Plus hat, hat man ja dann wirklich 3000 Ausdauer und 3000 Leben oder so. Da sieht das dann alles ein bisschen anders aus. Da konnte ich dann auch auf Hardcore spielen. Was ich noch nicht geschafft habe, ich habe vier oder fünf Mal versucht, diesen Speedrun-Modus zu spielen. Eine Stunde, zehn Minuten und was passiert? Ich verkack, ich sterbe. Und war also fast am Endgegner. Das hat mich also wirklich schon richtig geärgert, dass ich da beim Drachen versagt habe. Hat aber insofern dann... Irgendwann habe ich aufgegeben, es hatte keinen Reiz mehr für mich. Weil es wirklich nur... Du skippst alle Gespräche, du machst alles weg. So, jetzt machen wir mal... Ne, den Q-Modus braucht man. Zack, zrap. Könnt ihr einstellen, ob es eine Mini-Karte dreht, wenn ihr euch umdreht. Okay. Das sind... Gottverdammte Wölfe. Oh, Gott. Los, meine Krieger! Für was habe ich euch? Lasst den Magier in Ruhe! Ähm, da ist er. Ist er abgehauen. Mistvieh, abgehauen. Saures, biebs, riesen... Scheiße, wir nehmen das mal mit. Hopp, halten. Da ist in dem Fall... Fallgrad, ähm... Hast du mir das jetzt geklaut? Okay, Jack. Na, dann trägst du es auch. So. Mach mal hier Hilfe, dass ich Feuer bekomme. Ja. So, da kommt noch einer. Zünden wir die an hier! Ups. Gar nicht so schlecht, unsere Leute, oder? So. Gut. Heben wir mal das alles auf. Ja, ich habe keine Gesundheit verloren. Dann mach den anderen Gesundheit. Hier, Leute. Ja gut, es wird euch sowieso nicht aufgefüllt, ne? Das ist, äh, nur die graue Leiste, die ausgegraute. Hm. Na gut, gehen wir mal weiter. Haben wir jetzt hier die Wölfe alle erledigt, oder waren die... Nein, 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 wir müssen ja China finden. Wir müssen zum Hexenwald, Leute. Wir können nicht jetzt hier einfach so blöd in der Gegend rumlaufen, wir müssen erst mal China finden. Das ist wichtig. Oh, wirksamer Grünlattich ist schon ein bisschen besser als das, was wir jetzt hier haben noch. Ja. Rostige Dolche. Sonnenglanz, die Quest haben erledigt. Die ist irgendwie nicht nützlich. Hopp. Habe ich sonst nie wieder gebraucht. Dann wollen wir weitergehen. Er weiß, ob es aufs Lauert. Ja, oh. Steinchen. Ähm. Äh, folgt mir. Folgt mir, folgt mir, folgt mir. Folgt mir. Kommt aus dem Weg. Ach, verdammt. Oh, verdammt. Ich hab doch gesagt hier zu mir. Verdammt noch mal, äh, Rocksteh auf. Eieieieiei. Wir waren zu langsam. Das ist nicht gut. Darum steht was. Naja, wer uns schon mit Stein beschmeißt, der kann ja nicht gut sein. Okay. Wir müssen näher ran. Und ich will Hilfe. Gib mir Feuer hier, komm. Weil die sind ganz schön stark zu diesem Zeitpunkt, diese Idioten hier. Aua. Ah, ich hab keine Ausdauer mehr. Ja, ich würde ja gerne. Ich kann nicht. Halt ihn weiter fest. Boah. Guck mal, was der an Leben hat, der Idiot. Zünd ihn an. Wir müssen erst mal diesen Krieger fertig machen. Der war ganz schön happig jetzt, eh. Diese blöden Banditen, die sind schon echt, äh, äh. Hast du wenigstens was für uns? Ach, der lebt ja immer noch da oben. Verdammt noch mal. Ey, hat der sich wieder geheilt? Guckt euch mal diese Mistmale an. Das geht dich ein Scheißdreck an, was ich hier zu suchen hab. Komm. Ey, der heilt sich ja mal, der Penner. Los, mach den fertig hier. Verrreckt einfach. Du hast neue Techniken gelernt, das ist gut. Mach mal hier, da ist noch einer. Guckt euch mal den Idioten an. Macht ihn fertig. Los, da lang. Auf geht's. Los, tötet ihn. Boah, Wahnsinn. Ey, was? Ey, wie stark die sind. Oh Mann. So. Was denn jetzt noch? Immer noch einer. Wo? Wo denn? Ich seh nix. Der versteckt sich da oben, oder? Kann er sich hier nicht... Ich hab doch hier gerade einen Schatten gesehen, oder? Nee. Ich hab Hallos. Gib mir die Kohle, die hier rumliegt. So. Aber ich glaub, hier hinter waren noch welche, oder? Oh nee. Können wir noch was plündern? Schlafpfeil. Naja, besser als gar nix, ne? Mir wären ja die Sprengpfeile lieber. Aber da müssen wir wohl erst dann in die Hauptstadt. Hm. Also die sind schon ganz schön hardcore, die Dinger. Diese Banditen. Was frisch... Hier ist der! Komm her, hier du... Schnarchnase! Verreck einfach! Ha! Huh! So. Dummes Ding. Ja. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich speichere mal ganz kurz. Ich glaube, ich glaube, ich speichere mal ganz kurz. Weil verrecken wollen wir nicht unbedingt, ne? So. Okay. Haben wir das jetzt gespeichert? Dann ist gut. Weil... Die scheint genutzt zu werden. Ich glaube, mich hier drin... Ich schieße mal kurz hier ein bisschen ins Blaue. Kommt raus hier. Komm, ich weiß, dass ihr da seid. Hilfe! Okay. Dann halt anders! Ups! Okay. Verdammt. Verreck! Verreck! Was haben wir denn noch? Eißig oben hier. Immer noch nicht tot? Dann jetzt! Haben wir alle? Ne, da haben wir noch einen. Nieder mit dir! Komm schon! Brennen, Baby! Komm mal! Ups! Hast du was? Mach den fertig hier! Hier ist noch einer. Gut. Gib mir die Kohle. Die sind ganz schön hart, die Dinger. Ja. Alle mal... Oh, naja. Schaut nicht so gut aus. Okay. Dann gehen wir weiter. Oh Gott, da sind noch mehr. Hier aus dem Gebüsch haben wir alle raus. Nachts ist es einfacher, weil da nicht so viele rumlaufen. Aber das Problem ist, dass hier auch noch sehr, sehr, sehr viele Wölfe sind. Okay. Haltet euch nicht zurück. Oh Gott. So. Los! Da langs! Ich hab nicht so viel Ausdauer. Aber ich könnte ein bisschen... Ähm, was... Du machst Ausdauer, oder? Ja. Gib mir das dir... Oh, Rock ist fast tot. So. Dann wollen wir mal. Ups! Aua! Ist der denn noch ganz jeck? Oh. Oh, shitty. Shitty. Ich mach erst mal den Assassinen hier fertig. Und hier ist noch so ein Idiot. Oh, irgendeiner ist gestorben. Das ist nicht gut. Wach auf, Mädchen. Komm. So. Komm, verreckt. Verreckt. Verreckt, 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 verreckt. Geh weg von mir! Und Jack, steh auf. Also der Krieger ist echt für den Arsch hier, ne? Ja, ich mach, ich mach, ich mach. Oh mein Gott! Echt, was der aushält? Guckt euch das mal an! Oh! Oh, der lebt immer noch! Wie geht's jetzt? Oh. Du hast die Kohle aufgehoben. Kleines, geldgieriges Monster. Halt, was für eine Scheiße! Oh, boah. Ey, da geht's ja ab wie Schmitz Katze. Verdammt nochmal. Was ist das? Da, hier, aufheben. Was ist das? Mein Geld. Ich hab schwer dafür gearbeitet. Hammer sie jetzt alle. Oh, da laufen immer noch welche rum. Und da rennt auch noch was rum. Wir müssen aber da lang. Das hilft nix. Und da kommen uns jetzt gleich noch die Wölfe ins Gehege. Oh Gott. Geht vorsichtig. Ja, ich geh ja schon vorsichtig. Warum greifen die Wölfe nicht die Dinger an? Oh, das ist nochmal so einer. So, ich mach mal hier in den Nahkampf. Und zwar diese Idioten hier. Das Problem ist jetzt echt die Wölfe. Die uns hier ja jetzt auch noch anpissen. Oh. Oh Gott. Ich bin gestorben. Scheiße. Ja. Okay. Das hatte ich so nicht vermutet. Und ich hatte dazwischen nicht mehr gespeichert, oder? Das ist mein Hund, der sich hier gerade einabseuft. Das ist er jetzt. Verdammt nochmal. Ich muss viel mehr speichern. Oder lässt er mich jetzt wieder da anfangen? Natürlich nicht, natürlich nicht, natürlich nicht. Oder? Nee, jetzt kann man den ganzen Mist nochmal machen, weil es so schön war. Na gut. Ich würde sagen, ich metzel mich wieder bis davor zu den Wölfen und mach jetzt hier einen Cut. Weil das ist ja jetzt hier nochmal dasselbe. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder in alter Frische und stehen da vorne wieder an den Felsen. Oh Gott, was für eine Action. Ja. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Eure MRALE70. Bye, bye.